Hallo! Das ist eine Probe übrigens. Ich spiele nämlich gleich live und ich spiele vorher immer noch alle Sachen so durch, die ich überhaupt spielen möchte. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich das doch auch direkt mal auf, weil ich so nach und nach all meine Songs online stellen möchte. Deswegen fange ich jetzt mal an. Das Oberthema ist Liebe und da fange ich jetzt heute mit dem Emotions-Junkie an. Gänsehaut, du wachst es kaum zu atmen, jetzt bloß nicht hinschauen. Und natürlich sollte ich drüber nachdenken. Es wäre wahrscheinlich besser, erstmal abzubauen und Tee zu trinken. Und es gibt bestimmt Pro- und Kontralisten oder aber die Möglichkeit, dass wir uns küssen. Es geht um das Gefühl, das ich fühl, wenn ich fühl, wenn du mich so ansiehst. Um die Stille und die Spannung am Anfang und den Moment, bevor man sich küsst. Ich will dieses Gefühl, das ich fühl, wenn ich fühl und du mich so ansiehst. Ich will den Strom und die Anziehungskraft so leicht, schnell und flüchtig wie ein Wimpernschlag. Los, gib mir noch nen Schuss. Interessiert mich auch nicht, wann ich morgen arbeiten muss. Ich will mehr, 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 mehr von dir, mehr Adrenalin. Milliarden Reizen schießen durch meinen Körper und während sich die Synapsen drehen, bleibt meine Welt endlich stehen. Und natürlich könnte ich drüber nachdenken. Und es gibt bestimmt Pro- und Kontralisten, die nicht bedenken. Es gibt die Möglichkeit, dass wir uns küssen. Es geht um das Gefühl, das ich fühl, wenn ich fühl, wenn du mich so ansiehst. Um die Stille und die Spannung am Anfang und den Moment, bevor man sich küsst. Ich will dieses Gefühl, das ich fühl, wenn ich fühl und ich dich so anseh. Ich will den Strom und die Anziehungskraft so leicht, schnell und flüchtig wie ein Wimpernschlag. Total high. Vergessen wir zu trinken und zu essen. Und auch die Welt da draußen und ihr Netzauswegs haben wir total vergessen. So vergeht die Zeit viel Zeit von ganz allein. Und keiner will zuerst vernünftig sein. Und natürlich sollte ich drüber nachdenken. Es wäre auf jeden Fall besser, jetzt kalt zu duschen oder jetzt sofort noch mehr Schnaps zu trinken. Und es gibt wie zu viele Rationalisten, die nicht bedenken. Es gibt die Möglichkeit, dass wir uns küssen. Es geht um das Gefühl, das ich fühl, wenn ich fühl, wenn du mich so ansiehst. Um die Stille und die Spannung am Anfang und den Moment, dass man sich küsst. Ich will dieses Gefühl, das ich fühl, wenn ich dich so anseh. Ich will Strom und die Anziehungskraft so leicht, schnell und flüchtig wie ein Wimpernschlag. Wem das jetzt so niveaulos ist, für den ist jetzt der nächste Song, der heißt Überromantik. Man lernt sich kennenlacht und redet viel, dann zieht man sich aus, sucht nach Erfüllung, aber nach Gefühlen. Sucht man nicht, schaltet das Herz stumm und den Kopf nicht aus und fragt sich hinterher. Hat man das jetzt wirklich gebraucht? Nein, stopp! Ich glaub, so will ich das nicht. Ich glaub, ich will mehr. Wie zum Beispiel Kerzenlicht, andere Musik, Blumen meinem guten Wein. Ich will auf der Welt die Einzige sein, an die du denkst. Etwas Romantik ist auch möglich oder etwa nicht. Dafür warte ich dann auch gerne auf dich. Ich will mich nicht mehr fragen, was mach ich eigentlich hier oder irgendwas ertragen. Ich will, dass mir das Herz bis zum Hals klopft, wenn wir uns selig geben zu. Ich gehör zu denen, die auf Romantik stehen. Genau, stopp! Ich weiß, so will ich das nicht. Ich weiß, ich will mehr. Wie zum Beispiel Kerzenlicht, andere Musik, Blumen meinem guten Wein. Ich will auf der Welt die Einzige sein, an die du denkst. Etwas Romantik ist auch möglich oder etwa nicht. Dafür warte ich dann auch gerne auf dich. Wahrscheinlich bin ich hier grad total unrealistisch. Und das, was ich will, existiert gar nicht wirklich. Doch ich will daran glauben, dass bis jetzt kann nicht alles sein. Ich will das so nicht kaufen. Pack nach ner Prise Romantik den Wein. Du weißt, ich will Blumen und sanftes Licht wie Kerzenschein. Bin auf der Welt die Einzige sein, an die du denkst. Etwas Romantik ist doch möglich oder etwa nicht. Dafür warte ich jetzt schon lang genug auf dich. Dann lernt man sich kennenlacht und redet viel. Alles ist so leicht wie Atmen. Sowas Schönes gab's noch nie. Ich vergesse die Blumen und den dummen Wein. Und weiß, nichts auf der Welt könnte romantischer sein. Genauso, es gibt nur noch dich und mich. Wie man verschwindet deinen Gedanken an Kerzenlicht. Auf dieser Welt existieren nur noch wir allein. Und nichts darin könnte romantischer sein. Okay, was hab ich gesagt? Oberthema Liebe, ne? Ja, ne, das war's eigentlich. Reicht erst mal. Tschö.